Er ist hier lang. Er ist hier lang. Er ist hier lang. Ich wollte die Kiste mit dem Heiltrank aufmachen. Oh, scheiße. Das sind die Nahkämpfer. Au, au. Was ist denn das denn? Ich konnte mich nicht so schnell heilen, weil sie einfach instant getroffen haben. Äh, das Problem ist, dass ich nicht weiß. Okay. Oh! Ich bin tot. Kannst du mich wiederbeleben? Ich bin tot. Ich muss selbst erstmal hinkommen. Ich prügelt vor allem immer noch auf mir ein. Wenn du mich nicht wiederbelebst, verlieren wir 2500 Gold. Was sind das für Leichen, Fledderer? Was sollen die bei ihren Omas machen? Zu viert stehen die über mir und Gangrapen mich. Diese nekrophilen Penner. Ich hab mich nicht getraut, Feuerbälle zu schmeißen. Aus dem ganz einfachen Grund. Weil das Feuer-Clan-Mitglieder sind. Ja und? Und ich gedacht habe... Fight fire with fire. Und langsam wird's ekelhaft was wieder machen. Offenbar hast du gerade die Arena betreten, oder? Ja. Ja. Ich bin gestunlockt! Okay, jetzt habe ich drei Tränke weniger und bin trotzdem tot. Ich kann nichts machen, wenn die mich in den Stun loggen. Du hattest einen verdammten Job. Und du verdammt es ab. Was bringt mir meine Dexterity, wenn sie trotzdem jeden Schlag treffen? Warum kommen die eigentlich plötzlich mit Nahcampern? Junge! Ich bin tot. Ja, sag ich doch! Du kannst ja nicht mal wegrennen. Vor allen Dingen stehen die direkt beim Einwand. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld ich jetzt noch... Verliert man jedes Mal die Hälfte? Ja, eigentlich schon. Ich kann halt nichts machen. Ich kann halt nicht wegrennen, weil sie... Weil sobald sie einmal treffen, und die treffen jeden Schlag... Kann ich weder wegrennen, noch angreifen, noch irgendwas. Also ich lasse mein Geld jetzt am Anfang. Ja, ich habe ja nicht mal Geld aufgesammelt. Das war dumm. Nimmst du gerade mein Geld? Nein. Ich hätte es dir zugetraut. Ich habe dein Ohr damit zugeworfen. Sind wir jetzt wieder an so einer Stelle? Wie beim Butcher? Nein, schlimmer. Sind alle tot. Sind voll eskaliert. Nee, so viel Geld habe ich gar nicht verloren. Ich habe aus Versehen dein ganzes Geld aufgenommen. Du hast eine Truhe geöffnet, eine Falle ausgelöst und mir den Feuerball direkt ins Gesicht schreitzt. Wie kann man das Gold teilen? Du hast ein Gold-Pieße, du willst zu... Was heißt remove? Schmeiß ich das dann runter? Ich glaube... Ich glaube, du hattest 2500. Kommt das hin? Ich habe keine Ahnung. Ja, das kommt ungefähr hin. Hier. Ich suche jetzt meinen Helm erstmal. Da ist der Helm. Und irgendwo da war auch gerade der Ring. Hier ist sonst noch eine Skull-Cap. Eine magische. Eine magische? Oh! Lauf! Ich kann nicht laufen! Warte. Weg da. Aus dem Weg. Okay. Die 1300 waren übrigens meine hier, ne? Nur, dass das klar ist. Mir ist das Gold gerade komplett egal. Warum haben wir solche Probleme gegen die? Ich habe halt nur Feuerspells. Das ist so scheiße. Ich könnte den Flash-Spell machen. Aber das ist nur so ein Nahkampf-Spell, glaube ich. Flash. Könnte man probieren. Ich werde es wahrscheinlich tun müssen. Ich halte halt nichts aus und du halt auch nicht. Ja. Wohin das führt, sieht man. Okay, ich werde jetzt meine Scroll-of-Mana-Shield nutzen. Und werde jetzt eskalieren da unten. Wieder. Okay. Das ist schade. Ja. Aber weißt du, was das... Du, ich spot's auch nicht mit Mana, oder? Nein. Okay. Und man kann das immer noch nirgendwo auffüllen. Nein. Bist du schon wieder gestorben? Nee, immer noch. Das Problem ist, ich habe ja gerade die Scroll-of-Mana-Shield gemacht. Aber sobald man die Ebene wechselt, ist das weg. Ach nein. Ups. Das war vollkommen unbeabsichtigt. Ich kann sonst Feuerwelle casten. Ganz viele. Ist es das, was auf Feuer auf dem Boden hinterlässt? Ich bin tot. Ich spawne und bin instant tot. Wir haben tatsächlich ein Problem, ne? Weil ich spawne... Die sind direkt um uns herum. Ist auch gestorben? Ja. Die treffen halt jeden Schlag. Die sind direkt um uns herum. Ja? Wenn wir da reingehen. Und die treffen jeden Schlag. Wirklich jeden? Sobald sie einen Treffer bei mir gelandet haben, komme ich nicht mehr weg. Es trifft bei mir jeder dann. Ich weiß nicht, was die 75 Dexterity da noch bringen. Ich dachte, sowas erhöht ja auch die Ausweich-Chance. Okay, ich habe ihnen ein bisschen schaden können. Ich glaube, unsere einzige Chance bin tatsächlich ich. Ja. Leider kann ich mich auch nicht weg-teleportieren. Ich kann versuchen, wegzurennen einfach. Geht das? Ich bin ein paar Meter weggekommen, ja? Ich weiß aber nicht, wie viele mir gerade folgen. Du bist tot. Ich habe zumindest zwei auf meiner Leiche jetzt. Jetzt rennen sie weg. Also ich habe zumindest geschafft, einen Schritt wegzurennen. Ich glaube, ich habe ein paar Skelette oder so beschädigt. Mir geht aber auch langsam das Mana aus. Wie viel hast du noch? Ich habe jetzt noch drei kleine Tränke und einen großen. Aber wir haben ja das ganze Geld noch hier. Wir haben es ja weggelegt. Ein bisschen was haben wir noch, ja? Also wir kommen wahrscheinlich aus dieser misslichen Lage raus. Sonst lasst du mich vorgehen, in der Hoffnung, die dann wegzuziehen. Ja, aber das Problem ist, ich muss Charged Bolt in die reinballern. Und ich weiß nicht, ob ich dich dann treffe. Das ist mir egal. Zwei tot. Oh Gott, ist das eine traurige Vorstellung, ey. Oh Gott, ist das eine traurige Vorstellung. Wir müssen halt echt mal herausfinden, ob Feuer bei denen funktioniert. Wie heißen die denn überhaupt? Welche? Ja, die großen Viecher. Fire Clan. Die sind einfach nur Fire Clan. Das Problem ist, wenn ich so ein Chain Lightning oder so hätte, dann würde ich besser treffen können. Aber... Fire Clan. D-Level. Sie sind schon wieder tot. Und sie stehen wieder direkt vorm Eingang. 25 bis 32 Leben haben sie, ne? Ne, Multiplayer. 50 bis 65. Na, das kommt eher hin. 2-Hit-Percent. 70. Aber das stimmt doch gar nicht. Das ist ein MF... M... FL. Magic, Fire, Lightning wahrscheinlich. Dann haben sie wirklich Feuerresistenz. Also haben sie gegen alles Resistenz. Gegen Feuer. Ich weiß nicht, was sonst Magic ist noch. Na, es gibt drei Schadenstypen im Spiel. Oder ist das Melee? Ne, ne? Holy Bold. Damage is undead only. Steht hier sogar noch. Ich könnte... Ja, das Problem ist, ich weiß nicht... Magic, Fire, Lightning. Ja. Hä, wo sind denn die jetzt? Die waren ja doch eben noch. Das ist nur noch einer von denen da und drei Horrors. Nicht, dass wir hier angreifen. Ich hab gerade aus Versehen die Schwerter gekreuzt. Das war aber nicht meine Absicht, Kev. Niemals. Niemals. Ich wäre so nicht. Du musst mir glauben. Ja, ja, ja. Wo sind sie? Wieso gehen die dann plötzlich immer an deine Leiche? Das ist auch gut, wenn sie weg werden, oder nicht? Okay, es sind nur noch zwei Horrors da. Dann hast du ein bisschen mehr Platz. Es sind noch zwei Horrors da. Ich muss jetzt mein Geld wieder nehmen, weil ich nichts mehr habe. Und weil ich dringend... Mana brauche. Was tut dir, mein Freund? Okay, dann haben wir aber echt ein Problem, wenn auf der Ebene die ganze Zeit diese Fireclan-Scheiße kommt. Ja. Ich muss mal in Beatria gucken, ob sie vielleicht hier diesen Lightning, Book of Lightning oder so hat. Weil Charged Bolt ist halt so ein diffuser Zielbereich. Das kannst du halt nicht bestimmen. Aber bei Lightning schon. Das sind gerade Linien. Ich sensere eine Seele in der Suche von Antworten. Na ja, dann nicht. Oder sie nicht. Ich habe wieder ein bisschen Mana gekauft. Okay. Skull Cap. Wie viele leben jetzt noch? Zwei von den Skeletten. Ei, ei, ei. Die Skelette kann ich allerdings auch mit Feuer angreifen. Ich finde es so geil, wenn der Magier castet ohne Stab so als... Also der hält seine Arme so vor den Kopf, als würde er irgendwie in einem Boxring stehen und einen Schlag abwehren wollen. Das hat schon was. Ich sehe sie nicht. Da. Ich bin tot. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was mir gehörte und was dir gehörte. Wo bin ich gestorben? Also, ich glaube, das findest du noch heraus. Wieso? Ah, hier. Der Ring mit plus irgendwas Stärke, die Armor mit plus irgendwas Stärke, der Kakaim und ein Bogen. Ach, was ne Scheiße, ey. Was ist denn hier unten los? Ist das vielleicht netter hier unten? Wollen wir mal hier unten gucken? Wo bin ich denn mit der Armor gestorben oder ist die jetzt einfach weg? Hier ist die Skycap. Hier ist der Ring. Hier lag eben noch irgendwie ein Grand Cape oder so stand da. Ja, genau. Das war die zweite Armor, die ich mal mitgenommen hatte. Long Battle Bow benötigt 60 Dexterity und 30 Stärke. Hä? Wo ist denn die Armor? Welche? Ja, die Grand Cape, die lag hier eben noch. Ich hab das gesehen. Ja, ich hab sie gerade aufgesammelt. Hier in dieser Leiche jetzt. Ach so. Ah ja. Das ist deine. Ja, aber die bringt mich nicht so viel. Das war nur Reserve. Ach so. Willst du sie nicht verkaufen? Bringt auch nicht viel. 48. Das ist nicht mein kleiner Heiltrank. Diese Truhe hat schon mehr gebracht. Wir müssen echt vorsichtig vorgehen. Ach, weißt du was? Wir müssen vorsichtig vorgehen. Ja, gute Idee. Ich mach mal eins auf. Da drin sind auf jeden Fall auch wieder, äh, Schriftrollen. Leder Armor. Oh. Okay, ich nehm... ...Kolibold. Ganz vorsichtig. Also, wenn... ...wenn Untote kommen, bin ich gewappnet. Die hier? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wieso kommt die denn schon? Das Säurebiest? Keine Ahnung. Die kommen eigentlich vor allem in den dritten, im dritten Abschnitt des Spiels. Okay, da sind Bogenschützen. Wieso kommen die, die, äh, Fireclan-Typen überhaupt schon auf dieser Ebene und nicht das eine später? Wir sind auf sechs und nicht auf sieben. Ja. Fällt das, was mit Multiplayer zu tun? Waren das alle? Jetzt. Scroll auf Phasing. Book of Flash. Flash mit A, nicht mit E. Das ist halt so ein Nahkampf-Spell, den ich jetzt auch noch nicht so wirklich ausprobiert hab. Weil ich nicht weiß, wie gut der ist. Das werde ich dann auch nicht herausfinden. Das ist mir klar. Okay. In diesem Bereich sind wir dann durch. Ja, hat das TP in dieser Ecke nicht sehr viel gebracht, aber egal. Welche Stufe bist du? Zehn. Wie viele Erfahrungspunkte? Zehntausend. Das kann nicht sein. Ich hab Zehntausend bis zum nächsten Level. Achso, wie viel hast du denn? Ja, 73. Okay, dann bist du weit hinter mir. Dann musst du jetzt die nächsten Mal, ey, ein paar killen hier. Oh. Nope. Nope. Ouch. Oh nein, da hinten. Ich geh schon mal raus. Ich geh schon mal raus. Ich komm nicht raus. Die Wegfindung funktioniert nicht, wenn du durch den Türrahmen gehen willst. Dann denkt das Spiel, der ist blockiert und ich kann nicht laufen. Au. Au. Hab ich dich gekillt? Nee, hab ich nicht. Nee, nee, nee. Alter, die weichen den Blitzen aus. Plus 10 zu Magic. What the fuck. Soll ich dir ein Portal öffnen? Wenn du willst, sonst renne ich einfach... Nein, warte, ich öffne den Portal. Ich hab nur Strolls. So, iss. Was hast du für ne Cap? Skycap plus 4 hab ich. Ich hab ne ganz normale gehabt immer noch. Wie viel denn? Ja, 2er Amor. Ja, dann nimm die hier. Such mal kurz meine Leiche. Amor. Bogen. Ring. Okay. Wie ich die Amor und den Ring brauche, um den Bogen überhaupt nutzen zu können. Wie viel Erfahrungspunkt hast du jetzt? 77. Ja, ich muss erst mal reinkommen können. Potion of Mana. Da hinten ist nichts. Mana, Mana. So, vorsichtig jetzt. Guck einmal um die Ecke, da ist ein Skelett. Wir gehen erst mal in diese Nische hier. Und die Wegfindung, dass du bist, ja. Oben. Oben. Wie? Hallo. Da oben sind Skelett-Bogen-Schützen. Ja, hier unten auch. Du hast 25 Hit-Points, heil dich mal. Das war knapp. Das war knapp. Stirb, du Monster. Stirb, du Monster. Au. Oben schützen. Um die Ecke. Ja, ich krieg das Menü grad nicht zu. Wie viel Erfahrungspunkte? Kurz vor 85. Okay, dann sind wir jetzt ungefähr wieder angeglichen. Dann kann ich ja wieder mitmachen. Flash-Clan. Oder Fire-Clan. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Fuck. Fuck, 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 fuck. Die sind schnell. Ich muss abhauen. Ich muss heilen. Das war knapp. Small shield. Trank of full review, review, venation. hier ist ein besonderer mob drin weil er leuchtet ja warte mal was kommen du bist abgeschossen ich sehe nichts okay bei mir wurdest du gerade voll abgeschossen vielleicht feier klein gott ist das verzögert ist teilweise echt mega verzögert ja sag ich doch oh scheiße da läuft dadurch ich weiß nicht ob die anderen ob die ganzen modded versions oder ported versions da irgendwie besser sind oder nicht aber das schon echt schlimm teilweise ich habe keine heilung mehr ich komme nicht weg ich werde dich rächen wegfindung sagt es gibt keinen weg ok den ziegenmann habe ich schon gekillt horror fuck wo kommt der auf wie kommt der da oben hin sollte wieder ein portal aufmachen wenn du noch was übrig hast würde ich dann gleich mal durch sonst sonst renne ich halt die zwei meter wie viel wie viel halten die aus junge komm bitte wieder rein schreibt nicht jetzt bin ich durch mein eigenes portal gegangen bist du durch hallo nein kann ich mir ich muss mal gucken welches von dem mein gold war mein gold ist das was am zonen liegt muss jetzt erst mal was so identifizieren das ist das letzte geld von den heil schränken das bringt to magic das bringt doch nichts was ein schild ist darf man jetzt wieder durchgehen durchs portal oder darfst du ja so gleiche war ich hier ganz in der ecke ich hoffe da kommt keiner mehr da dürften noch gegner sein zumindest ein exit beast oder asset heißt es asset exit vor allem ich hoffe ich finde den ring wieder sonst habe ich probleme ich habe den ring gefunden book of lightning ich habe den ring weggeworfen ich habe book of lightning gekauft okay dadurch habe ich jetzt aber kaum noch barne so jetzt haben wir den lightning spell Der macht zwar nur 2-13 Schaden, aber er trifft auf jeden Fall. Kostet ein bisschen viel Mana, aber naja. Da er da unten irgendwie gefühlt alles Feuerresistenz hat, ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Oh, das hat ja Hotkeys. Das hat doch Hotkeys. Hotkey S. Ah ne, da öffnet man nur das Ding. So, du bist wieder drin, ne? Ich bin vorm TP, ja. So. Hast du da alles gefunden? Äh, ja, sonst kann ich meinen Bogen nicht benutzen. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal... Ah! Bogen schützen, das müssen also Untote sein. Hör auf, hör auf, hör auf. Oh, der ist tot. Wo bist du denn? Hier, wir gehen erstmal hier lang. Oh, scheiße! Noch Fragen? Ja. Hör auf, hör auf. centrade. piace teenagers Tell, was so together. Das ist ja, sonst hin. Okay, wir gehental Charles. Hier ist es auf. Hallo, liebe Hans und G Troy. gentlemen 안녕하세요. company нравится zyette. told Kempner. Oh,ijo. aber ich werde, du bist du denn? глиueύten. Untertitelung des ZDF, 2020